ja servus leute und herzlich willkommen ja heute bin ich mal unterwegs oder ich mache mich jetzt gleich auf dem weg ich habe von einem treuen zuschauer ein angebot bekommen der hätte zwei kotflügel für mich liegen müssen von am hanoma gewesen sein ich glaube ein r3 24 wenn ich mich nicht ganz täusche die haben sie übrig den bulldog gibt es nicht mehr dazu ja und da hat er mich angeschrieben wenn ich sie haben möchte ich würde sie mir schenken also dafür wirklich top der zuschauer wohnt nicht weit von mir sind bloß acht kilometer da bin ich gleich hin gefahren und da mache ich mich jetzt mal auf den weg mal gucken vielleicht kriege ich ihn mit vor die kamera wenn er lustig ist ansonsten wird er auf alle fälle lobend erwähnt wenn er das möchte also wie gesagt top bin ich richtig begeistert sage ich vielen vielen dank dafür ach so und wenn meine rückmeldungen in letzter zeit etwas schlechter waren dann möchte ich auf diesem wege noch dazu sagen ich war leider krank mich hat's mit magen daum virus erwischt war ich flach gelegen und deswegen war ich nicht ganz so aktiv deswegen kam von mir auch kein livestream nichts das video vom krame war ja schon fertig das musste ich bloß noch hochladen aber da habe ich nicht mehr viel gemacht jetzt geht es mir besser also von daher kein problem mehr passt soweit ich bin jetzt von meinem kleinen ausflug zu einem zuschauer zurück ja mittlerweile schon umgezogen wie man sieht die drecklamotten an ich muss jetzt dann um die stelle wo dieser sonntag da muss man nicht so viel meine stelle die kotflügel habe ich runtergelegt also hier an dieser stelle nochmal sehr vielen vielen dank micha wenn du da siehst danke dir echt top bin richtig begeistert das angebot steht wie gesagt wenn du mal lust hast darfst du gerne dann wenn du deinen führerschein hast vorbeikommen und darfst du mal eine runde mit dem kramer fahren das sei dir gegönnt also vielen vielen dank nochmal dafür ja war wie gesagt der zuschauer der mir das jetzt geschenkt hat zwei kotflügel vor am hanomark ich glaube einen r324 wenn ich mich nicht täuscht ja und da liegen die dinge so schauen die aus die sollen dann auch mal hier an den schlepper die passen natürlich jetzt hinten und vorne das ist ganz klar schon alleine wenn man sagen wie groß die sind wenn man die jetzt da mal bloß hier grob ran hält also die wären viel 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 zu groß da könnte ich gar nicht mehr richtig einschlagen das ist jetzt ja noch mal andersrum dann drauf aber zum halten geht es so schöner die müssen deutlich eingekürzt waren da wird in der mitte dann ein großes drum raus geschnitten und dann waren sie wieder zusammengefügt die sollen im endeffekt dann nur in diesem bereich hier sitzen so auf der höhe hier dass quasi der schmutz der von unten vor die räder hoch geschleudert wird dass der aufgefangen wird und nicht immer hier oben landen tut oder einem ins gesicht fliegt wenn es in die kurven fäst oder so dafür sind die eigentlich gedacht original hatte der schlepper ja mal welche die sind aber wohl irgendwann verloren gegangen oder abmontiert worden weil die kotflügel von kramer hatten oft auch mal das problem die sind mit der längstange ins gehege gekommen habe ich ja beim k 300 wenn ich nicht aufpasst die originalen die sitzen halt normal bis hier rauf in etwa und wenn du dann einschlägst solange gerade stehst kein problem gleiten sie genau hier unten durch fährst du aber zum beispiel nach furche oder über unebenheit drüber kannst du passieren du schlägst ein die ecken entweder da oben an verbiegen wir dann hier die die seite vom kotflügel glatzen hier natürlich alles ab oder was der vorhin gesagt hat früher oft einmal beim k 300 das problem die sind unten drunter durch in die furche rein das rad auf der seite ist hochgekommen und der kotflügel war genau da hinten reingezwickt ja dann stehst du natürlich saublöd da rad eingezwickt kannst du nicht mehr lenken das hat sich oft auch mal blöd verkantet ja und das will ich natürlich bei dem hier gleich vermeiden ist ein sauwändiger schlepper und das soll er auch bleiben von daher muss ich das dann so lösen dass die lenkung trotzdem weiterhin gut funktioniert und dass ich eben nicht aneck deswegen die dürfen nicht zu lang waren aber auch nicht zu kurz das muss genau so das mittelding sein dass der dreck nicht hoch fliegt aber dass er auch noch schön da unten durch können wenn ich über unebenheiten fahr aber das sehe ich passiert mir jetzt im moment nicht ich sage auf alle fälle vielen vielen dank nochmal der kollege der soll treiber mich auf discord glaube ich so steht er drin an dieser stelle noch mal vielen vielen dank dafür also großes lob an dich hat mich richtig gefreut gut jetzt mal meine stelle und dann schauen wir weiter morgen werde ich dann einmal ausmisten ja wir haben schon wieder montag so schnell geht das und ja ich habe es ja gestern schon gesagt heute wird es dann noch mal dran gehen stelle wieder ausmisten letzte woche war ja krank da ist ehrlich gesagt nicht ganz so viel passiert sind die viecher gemacht worden und ja sonst halt nicht viel mir geht es jetzt aber wieder gut diese woche ist inventur bei uns im markt und da bleibt am samstag dann nicht so viel zeit da ist die woche dann eh schon quasi ein bisschen kürzer deswegen muss ich heute noch mal ran dann heute gleich die stelle alles sauber machen vorbereiten hohe und stroh rauftun dass ich genug da habe und die zeit überbrücken kann weil die nächsten tage wird es dann auch wieder ein bisschen stressiger und ja man sieht schon die lore ist schon wieder ziemlich voll man könnte noch mehr drauf marschen aber drinnen habe ich auch noch ein bisschen was was drauf soll da ist jetzt gesammelt das ist ja für die schweine auch misst dabei und für die hühner da kommt jetzt dann noch ein bisschen mehr zusammen schweine und hühner muss ich dann eh noch ausmisten und dann sehen wir da weiter so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Allee! Untertitelung des ZDF, 2020 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 criminals undertitelung des ZDF, 2020 untertitelung des ZDF, 2020 Erschnittstelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 nicht nach, da hat mein Vater das Reisichter vor. Müsste ich jetzt quasi erst den Mähdrescher rausfahren, müsste den Grupper dann rückwärts rausziehen und müsste dann den Heuwender raus da. Ist ein wenig blöd. Oder ich müsste den Radlader nehmen und müsste die Est verschieben. Geht aber auch nicht, der Boden ist nicht gefroren, dann sackst er ein. Magst den Flurschaden, unten hat auch keinen Sinn. Ja, muss ich es halt hinten anstellen. Kommt schon noch der richtige Zeitpunkt dazu und dann machen wir den Heuwender auch gar fertig. Ja, der Miststreue gehört eigentlich gemacht. Da fehlt aber im Moment einfach schlichtweg das Geld dazu. Da müsste ich jetzt dann passende Stahlrohre kaufen und die ganzen Arme wieder aus Winkeleisen drauf machen. Das ist kein großer Akt, aber es müsste ja die Zeit dazu haben. Die habe ich im Moment nicht. Am Kippe ist noch was zu machen. Das sind die Räder kaputt. Die wurden ein wenig blöd gestanden. Da ist die Karkasse gebrochen. Ja, im Stottel wollte ich eigentlich umher noch was machen. Ich sage, Arbeit gibt es genug. Irgendwann, irgendwie. Im Moment gibt es andere Sachen. Wir sind im Hausumbau. Das ist jetzt auch schon mal wichtig, dass das gemacht ist. Und das andere, da findet sich noch ein Zeitpunkt dazu. Ist für heuer alles geplant, irgendwie. Ich meine, Hexen kann ich halt nicht. Der Miststreuer hat noch Zeit. Den kann ich ein bisschen nach hinten schieben. Den brauche ich frühestens Ende August, Anfang September. Geplant ist ja zum Beispiel auch noch die Pulto Garage Bauer und, und, und. Ach, das sieht man. Na gut, in diesem Sinne, jetzt würde ich sagen, das war es für dieses Video. Schon wieder viel zu viel gelabert. Wir sehen uns am Freitag ganz normal wieder um 16 Uhr. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Servus. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020